Das war auch eine ganze Zeit ein bisschen unfässig und wir wollen die Ehrung in dem Namen vornehmen, wie sie eigentlich auch damals vorgenommen werden sollte, bei der Ehrung des Bezirksfestes. Und zwar hat unser Jürgen Gold zum 40. Mal erworben. Jürgen Gepardt! Jürgen, wir haben uns gedacht, ein Strauß-Buhn, das ist nix für ein Mann. Ein Küsschen nützt du auch nicht unbedingt. Weder vom Kaller noch von mir. Wir haben uns gedacht, wir geben dir eine Cola und eine Fekadelle. Die Fekadelle. So, damit beenden wir die Ehrung. Ich möchte alle Stadtmeister und die Abholer der Portale bitten, sich unten am Steg zum Gemeinschaftsfoto einzubinden. Jetzt sofort nach dieser Ehrung. Und ich beende die Saison 2011 mit unserem gemeinsamen Sportfuss. Den dreimal kräftigen A. 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 A.